Mein Name ist Jana Hausmann, ich bin Coach der Schnellen Hilfe. Die Schnelle Hilfe ist eine externe und vertrauliche Mitarbeiterberatung, die Beschäftigten bei privaten, beruflichen und auch gesundheitlichen Fragestellungen Unterstützung gibt. Die Schnelle Hilfe ist so etwas wie eine Hotline, über die man dann die persönlichen und auch telefonischen Beratungsgespräche bekommt und sie unterstützt bei beruflichen Fragestellungen. Das können Themen sein wie Konflikte, Mobbing, Tätigkeit, Überforderung. Auch im privaten Bereich können natürlich Anliegen kommen, Kinder, Erziehung, Trennung, Finanzen und gesundheitlichen Fragestellungen, auch da beraten wir. Es ist tatsächlich so, dass wir in zwei bis drei Beratungsgesprächen viele Anliegen aus der Welt schaffen können und Probleme auch schon bewältigen können. Aber bei weitergehenden und spezialisierten Beratungsbedarf verweisen wir an Fachberatungsstellen, medizinische und psychologische Angebote und haben auch in vielen Regionen ein Beratungsnetzwerk, auf das wir zugreifen können. Es ist tatsächlich oft so, dass die Leute mit so einem ganzen Paket an Problemen kommen. Also nicht nur eine Sache haben, sondern bei dem Thema Scheidung kommt natürlich auch die Frage von Kinder und Erziehung mit rein, Finanzen, man hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit in der Zeit nicht. Und dann ist es so ein Paket und wir priorisieren erstmal. Und wenn so spezialisierter Beratungsbedarf, zum Beispiel Eheberatung, dann würden wir an Fachberatungsstellen weiterverweisen in dem Fall. Dann in der Regel Vielen Dank.